Herzlich willkommen zu dieser Folge des Tresor, dem Kulturpodcast der Region Hannover. Mein Name ist Tanja Schulz und ich freue mich ausgesprochen, dass ich hier heute wieder mit echten Menschen sitzen darf, in einer frisch getesteten, also geradezu antiseptischen, aber ambitionierten Runde. Das Thema heute der Atelierspaziergang, man muss jetzt schon sagen die Saison 2020-21, denn geplant war er schon für den Mai, Juni vergangenen Jahres. Kuratiert und konzeptioniert von Jennifer Borg vom Team Kultur der Region Hannover und eigentlich, wahrscheinlich das meistbenutzte Wort in diesen letzten Monaten nach dem bösen C-Wort, eigentlich umfasst der Atelierspaziergang genau das, was er auch sagt, nämlich geöffnete Ateliers, Werkstätten, Werkräume von bildenden Künstlerinnen und Künstlern in der Region, in die man flanieren kann, in denen man sich austauschen kann, man kann auch Werke erwerben. All das jetzt noch nicht möglich, wir haben aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben und es gibt eine virtuelle Variante. Ein Großteil der Künstlerinnen und Künstler hat seine und ihre Türen geöffnet, es gibt Clips unter Hannover.de zu sehen, also den Atelierspaziergang kann man schon mal antesten, um dann im besten aller Fälle sofort loszusprinten und irgendwann wieder echte Ateliers besichtigen zu können. Alle hier versammelten Künstlerinnen und Künstlerinnen heute sind natürlich am Atelierspaziergang beteiligt, es gab ein Bewerbungsverfahren, man musste Ideen und Vorschläge einreichen, wie man sich dort präsentieren will und das Thema des Atelierspaziergangs im vergangenen Jahr war, I'm walking, spazieren gehen, also auch ein bisschen selbstreflektiert, was macht so einen Spaziergang aus. Heute mit dabei sind Claudia Schmidt vom Atelier Lineart im Ahrbergviertel, Silke Rokitta und Markus Hutter, die in der Seestraße in ihren Ateliers beheimatet sind in der Süßstadt. Sie schaffen und werken auch allein, haben ihre ganz eigenen Stile und Richtungen, gelegentlich trifft man sie aber auch mal in einem gemeinsamen Projekt an, so geschehen beim Atelierspaziergang. Und Edin Beiritsch hat sein Atelier in der Schulenburger Landstraße in Heinholz. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht vorher über euch und fange erst mal so ein bisschen allgemein mit eurem Fokus an, bevor wir sehen, was passiert eigentlich beim Atelierspaziergang, was habt ihr da für Ideen entwickelt. Edin macht viele ästhetische Ausdrucksformen des Menschen in Kombination mit Natur. Es geht um Plastiken, Fotografien, Druckgrafiken und auch sehr viel um das Wechselverhältnis des Menschen zu seiner Umwelt. Das heißt, wir sind auch ganz aktuell an diversen Themen dran. Markus Hutter ist auf mehreren Ebenen ebenfalls tätig mit unterschiedlichen Materialien zu den Themen Raum und Form. Ich fand das Beispiel, was man auch im virtuellen Rundgang sieht, sehr schön. Sie sind gegossene Gipsblumen aus dem Boden von PET-Flaschen, die dann doch erstaunlich den Alltag so widerspiegeln. Silke Rokitta kommt ursprünglich aus der Dokumentarfotografie, hat auch in Bergen in Norwegen studiert. Ich glaube, auch dein Diplom hast du es da gemacht? Den Master habe ich da gemacht. Der Master, ein echter norwegischer, natürlich eine sehr enge Assoziation zu Natur, Spazieren, Gehen, Wandern. Das werden wir noch ein bisschen aufschlüsseln. Du erforscht jetzt Objekte, Rauminstallationen und auch viele kristalline Zustände. Das heißt, du bist mit Bittersalzen in sehr vielen verschiedenen Formen unterwegs. Es geht viel um Grundformen und Naturgesetze und natürlich durch die künstlerischen Interventionen die Veränderungen, die dadurch möglich sind. Und Claudia Schmidt hat ihr Atelier Lineart im Arbeckviertel in Linden-Süd. Und mittlerweile ist sie auch ein bisschen beheimatet richtig auf dem Land. Seit kurzem hast du da eine Wohnung. Du arbeitest aber noch in der Stadt. Und du kommst ursprünglich auch von einem sehr körperlichen Thema. Du hast sehr viel mit Körper, mit Zeichnungen gearbeitet, parallel getanzt. Das war immer eine sehr enge Kombination. Und in den letzten 15 Jahren ist es aber übergegangen auch so in die Natur, weil der Mensch natürlich ein Teil des Ganzen ist. Und beispielhaft würde ich mal nennen, was ich von dir gesehen habe, eine Zeichnung, auch sehr detailliert, Elle und Speiche, so aus dem unteren Arm. Und das eingefügt, ich glaube, es war ein Baumstamm, wenn ich mich recht entsinne. Und da konnte man sehr gut nachvollziehen, wo du die Verbindung so sehen kannst oder wie man sie überhaupt für sich so entdecken kann. Das ist der grobe Teil. Ihr habt alle ein recht breites Spektrum, aber ich habe entdeckt, dass ich euch alle sehr dicht in der Natur verorte. Eure Themen sind wirklich sehr viel draußen, noch gar nicht so viel Urbanes. Korrigiert mich, wenn ich mich täusche. Und dann kommen wir jetzt mal auf den Atelierspaziergang. Fangen wir mal an mit Silke und Markus. Was war euer Plan für den Atelierspaziergang in der Reflexion auf den, wie gehen wir eigentlich spazieren? Was habt ihr präsentiert? Was wir planen, sind Resultate aus gemeinsamen Wanderungen in den Alpen. Wir haben relativ häufig, wenn wir durch die Alpen gegangen sind, festgestellt, das wäre schön, mal das zu zeichnen. Weil durch das Zeichnen man einen Ort ganz anders wahrnimmt als beispielsweise mit einer Fotografie. Wie war das für dich, Markus? Das kam eigentlich so zustande. Also wir sind in einem Urlaub durch die Alpen getingelt, Norditalien, Valtellina, glaube ich. Und ja, wie schon angesprochen, Silke kommt ja aus der Fotografie und hatte da mal so nebenbei zu mir gesagt, ich habe gar keine Lust, immer zu fotografieren. Und hat zu mir gesagt, wollen wir vielleicht mal zeichnen auf unseren Wanderungen, also das quasi zeichnerisch dokumentieren, was wir so sehen. Und meine erste Reaktion war, nee, das habe ich vor 30 Jahren mal gemacht, das interessiert mich nicht mehr künstlerisch. Und dann habe ich aber nochmal drüber nachgedacht und habe gesagt, wir können es ja mal ausprobieren und gucken und erst mal gucken, was passiert. Ja, und dann kam das so in Gang. Und dann haben wir ein schönes Sortiment an Material mitgenommen, Papier in unterschiedlichen Formaten, Farben in unterschiedlichen Qualitäten, Stifte, Kohle und haben halt einfach angefangen. Das war dann aber schon vor dem Urlaub. Also ihr seid nicht im Urlaub drauf gestoßen, sondern das war dann schon so, wir fahren jetzt los in die Alpen und jetzt rüsten wir uns aber auch im Sinne der Zeichnerin und des Zeichners aus. Nee, vor Ort ist das erst passiert. Ihr wolltet also nur Urlaub machen quasi, ohne künstlerische Ambitionen. So ungefähr. Und es war auch sehr, es war, wir mussten uns auch wirklich darauf konzentrieren, nicht gezielt Kunst zu machen. Weil das war ja gar nicht der Sinn, zu gehen und ein Kunstwerk zu produzieren, weil wir wollten den Ort erfahren. Und es ist halt sehr spannend, wenn man an einem und demselben Ort sitzt und einen ähnlichen Blickwinkel sich aussucht und versucht mit unseren unterschiedlichen Techniken, wie wir das zeichnerisch so machen, diesen Raum zu erfahren und irgendwie umzusetzen. Also es ging eher um die Erfahrung und nicht um ein perfektes künstlerisches Resultat. Genau, also das war so ein wichtiger Aspekt. Gar nicht eine Zeichnung machen im Gelände. Mit dem Fokus, das muss jetzt eine tolle Zeichnung werden, hier von dem Berg, ja, oder von dem Waldrand, wie auch immer. Sondern eher darum, diese Stimmung festzuhalten. Erstmal ganz frei, ohne künstlerischen Anspruch. Und über die Jahre hinweg haben sich wirklich viele Zeichnungen angesammelt. Wir haben viele Steine gesammelt unterwegs. Es gibt ganz viel Kartenmaterial. Es gibt Fotos von uns, die uns beim Zeichnen zeigen, wo wir uns gegenseitig fotografiert haben. und haben festgestellt, das wäre eine wunderschöne Arbeit für diesen Atelierspaziergang. Also die Gesamtauswertung, nicht nur so der subjektive Blick, das subjektive Wahrnehmen aus dem gleichen oder unterschiedlichen Blickwinkeln, sondern auch, ihr seid ja topologisch, also du sagst mit Karten, ihr wart geologisch, Steine, also es flosst dann alles mit ein. Und das war ganz gut. Das Gesamtergebnis dieses, wir sind da draußen in den Bergen und das ist unsere Bandbreite an Wahrnehmungsobjekten, sage ich jetzt mal. Ortsbeschreibungen letztendlich. Ein riesiger, riesiger Tisch und alle diese unterschiedlichen Möglichkeiten. Eine Auswahl davon, nicht das Komplette, was sich angesammelt hat, sondern eine Wahlauswahl. Also für mich als wichtiges Resultat war die Erfahrung, da bleibt ganz was anderes hängen im Hirn, ob ich da eine Stunde lang sitze oder zehn Minuten nur eine Skizze mache und mir da was angucke, als wie wenn ich da ein Foto mache. Also ich habe ganz spezielle Erinnerungen an die Orte, wo wir oder wo ich gesessen habe. Das ist ganz anders hängen geblieben, als wenn ich da ein Foto gemacht hätte. Ist es mehr so ein gesamtsinnlicher Eindruck? Also wenn man zeichnet, du bist ja trotzdem noch in der Geräuschkulisse, in Gerüchen, was auch immer da so ist, irgendwie Lautstärke von Menschen, Tieren, Flora, Fauna. Wenn ich fotografiere, also ich jetzt total als Laie, konzentriere ich mich ja wieder erstmal durch irgendwas durchzugucken. Ist das ein so unterschiedlicher Fokus? Naja, Zeichnen, der Prozess der Wahrnehmung ist ein anderer. Ich sehe was, mein Gehirn verarbeitet diesen visuellen Impuls und ich muss den ja auch mit der Hand umsetzen. Also es ist ja eine körperliche Erfahrung. Also es ist stärker körperlich, als die Erfahrung, eine Fotografie anzufertigen. Also der Prozess ist anders, wie sich das abbildet. Und noch wichtig vielleicht dabei, das Ganze war auch ein Stück weit wetterunabhängig. Also wenn man sich das so vorstellt, da geht jemand in die Natur raus und macht da Skizzen, stellt man sich ja dabei schönes Wetter vor. Ja, die Sonne muss scheinen oder es muss zumindest trocken sein. Aber das war dann für mich auch wichtig, das durchzuhalten, auch wenn mal ein Gewitter kommt oder wenn es aufs Papier regnet, einfach das Ding weiterzumachen. Und das sieht man denen dann an, ob es da drauf geregnet hat oder... Das finde ich ganz spannend dabei, ja. Also das war nicht nur eine schöne Wettertätigkeit. Claudia hat auch in ihrer Beschreibung, ihr habt das gerade auch anklingen lassen, einen Unterschied beim Erleben zwischen Spazieren gehen und Wandern. Da gibt es für dich durchaus Unterschiede. Bei euch habe ich das jetzt mal so stehen lassen. Das floss so ineinander. Berge sind ja fast immer mit Wandern. Aber bei Claudia Schmidt gibt es schon noch mal einen Unterschied. Erzähl mal, wie du arbeitest beziehungsweise so künstlerisch dich auslebst, wenn du spazieren gehst oder wenn du wanderst. Das sind schon Parallelen zu dem, was ihr gerade gesagt habt. Aber ich muss vielleicht vorab sagen, ich habe mit dem Einreichen meiner beiden Arbeiten geschummelt. Das ist vielleicht ein falsches Wort, aber ich habe eigentlich gezögert, weil die beiden Arbeiten, die ich eingereicht habe, zeigen meinen Freund auf dem einen und mich auf dem anderen, aber wirklich auf einer Wanderung. Also das war kein Spaziergang, das war eine Wanderung. Das, was mich aber veranlasst hat, diese Bilder einzureichen, ist, dass ich jeweils auf dem gleichen Bild die Person von vorne und auch von hinten dargestellt habe. Das heißt, sie kommt dem Betrachter entgegen und sie geht von ihm weg. Und damit war ich irgendwie im Frieden und dachte, okay, das kannst du einreichen. Das ist schon in deiner Thematik. Also das vielleicht mal vorweg. Eigentlich war es mehr so, dass ich, als die Ausscheibung kam, gemerkt habe, hey, voll mein Thema. Ich bin jetzt 60 und ich merke, dass mir da noch richtig was fehlt, nämlich nicht zu wandern im Sinne von, also wandern heißt für uns als Paar, für mich, da will ich lang, da soll es hin, da kommen wir wieder zurück und das dauert ungefähr so und so lange. Das hat die und die Höhenmeter, das hat den Zeitabschnitt und so weiter. Geplant, Ziel ist klar, die Einkehr muss auch vorher klar sein, also alles ist geregelt. Natürlich ist die Wandlung immer noch ein Abenteuer und auch ein Lustgewinn, aber es ist für mich sehr nah an meinem sonstigen Sein, als Mensch, aber auch als Künstlerin zu planen. Ich mache viele Radierungen, das heißt, da muss ich auch wissen, was passiert als nächstes. Und auch wenn der Zufall damit reinkommt, aber ich muss schon wissen, was ich mache. und auch mit meiner Kunst eigentlich sehr zielorientiert gewesen zu sein und dieses Spazierengehen, das ist für mich absichtslos. Das geht für mich, das ist nur meine persönliche Fantasie, das geht von zu Hause los und kommt zu Hause wieder an. Und mit zu Hause meine ich genauso, wenn ich irgendwo eine Ferienwohnung habe in den Bergen oder an der Küste oder so, dann ist das da in dem Moment mein Zuhause. Und Spazierengehen, das vereinbare ich mit meinem Freund oder alleine, ich möchte noch mal ein paar Schritte raus. Mal gucken, in welche Richtung, mal gucken, wo lang. Und ich mache es von zu Hause aus und ich komme da auch wieder an. Und das ist für mich ein ganz anderer Entspannungsfaktor als das Wandern. Wenn du losgehst, wie guckst du? Kann da, muss da irgendwo ein Ziel rauskommen? Oder schulst du dich in irgendeiner Art Sensibilität? Hängt das davon ab, ob du gerade ein Werk planst oder ob du mittendrin bist? Oder kann man auch mal so völlig losgelöst von diesem künstlerischen Blick gehen? Also was ich gerade übe tatsächlich und mir irgendwie erobern möchte, ist loszugehen ohne, ohne, so wie ihr das gesagt habt, ohne die künstlerische Suche. Das kenne ich noch gar nicht richtig. Das muss ich mir gerade ein bisschen erobern. Weil es ist eben dieses Spazierengehen hat sowas für mich irgendwie auch was Kindliches. Es hat sowas, ich bin eigentlich nur auf Empfang und ich übe im Moment wirklich nicht zu denken. Also ich gebe dir recht, es geht nicht. Aber ich merke, dass ich eine Sehnsucht habe, anzudocken an etwas in mir, was nicht denkt und was nicht will und was nicht sagt, wo es hingehen muss, sondern irgendwie ein Teil in mir, der, ja, ich glaube auch, der sich nicht mehr so wichtig nimmt. Also der einfach so sagt, ich bin jetzt hier, auch da, wo jetzt die Blumen, die Blüten sind, da, wo die Steine sind, da, wo die Bäume sind, die ich auch immer wieder sehe, die gleichen. Also wenn ich jetzt hier auf dem Land bin, dann mache ich auch meine relativ gleichen Runden. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass ich ausprobiere, mir solche Spaziergänge zu gönnen, ohne zu überlegen, wie kann ich die künstlerisch verbraten und verarbeiten und daraus was ziehen und was umsetzen. Sicherlich auch manchmal eine Herausforderung. Edin, wie ist das bei dir? Es gibt ein sehr schönes Projekt von dir, das heißt Die Suche nach Jona. Quasi, ich mache es mal sehr kurz, ich möchte, dass du das noch ein bisschen beschreibst. Steine sammeln am Strand und in Form von überwiegend Fischen, glaube ich, in Blautönen arrangieren, umarbeiten. Was hat dahinter gesteckt? Reden wir jetzt auch von Spazierengehen im Sinne von Selbstreflektion und Entspannung? Oder ist das bei dir auch immer so ein verbindendes Element, wo man auch sehr gut gleich ein Kunstwerk daraus schaffen kann? Also zu meinen ist es ja die Technik selbst, die davon profitiert, dass ich am Strand oder irgendwo an einem Ufer bin, wo es am besten auch Steine geben soll und dann gehe ich auf die Suche. Wenn es ein Sandstrand ist, dann habe ich sozusagen mein Basislager, das, wo man eigentlich entspannen soll in der Sonne und die meiste Zeit bin ich unterwegs und komme zum Basislager eigentlich nur zurück, um halt das Gesammelte dann... Kilos von Steinen abzulegen. Und ich hatte ja in meiner Bewerbung geschrieben, dass ich mich dann gefragt habe, so was ist eigentlich jetzt meine künstlerische Arbeit oder welcher Teil schluckt am meisten Energie von mir oder nimmt mich ein. Also vor lauter Steinen muss ich mich ja entscheiden für bestimmte Steine und ich habe ja keinen genauen Fisch in meinem Kopf, sondern irgendwann habe ich mich selbst angefangen zu beobachten, was mache ich, wenn ich da rumlaufe. Ich schaue auf den Boden und gucke, ah, das könnte eine Flosse sein, das passt vorne für den Mund vom Fisch, das könnten die kleinen Flossen, Unterflossen sein, das könnte der Bauch sein, und dann schleppe ich es halt alles an zum Handtuch, das wird immer mehr, weil es sollen ja unterschiedliche Motive entstehen und dann setze ich es, also es ist der Blaudruck, die Zyrenotypie und dafür braucht man halt Sonnenlicht, deshalb ist es ideal, am Strand das zu machen, wo die ganze Zeit blauer Himmel ist und dafür ist mein Urlaub dann da, in dem ich halt die ganze Zeit arbeite eigentlich. Also ich entspanne mich dabei, ich laufe sehr viel und die Reise war jetzt, die letzten Reisen waren halt auf den griechischen Inseln und Ziel ist für mich, ich möchte auf jeden Fall viele Strände besuchen, alles natürlich zu Fuß und es soll auch was auf den Inseln entstehen für mich und jeder Strand hat andere Steine, manchmal sind sie sehr flach, manchmal sind sie sehr hoch oder lassen viel Licht an den Seiten rein, manchmal sind sie auch sehr klein, also ich habe an einem Strand, habe ich auch ganz kleine Steine gesammelt, habe dann gemerkt, also ich kann es nicht am Strand alles zusammenlegen, also ich belichte das Papier dann direkt vor Ort, das heißt, es ist alles in einer Kiste eingepackt, dann setze ich auf mein Handtuch oder auf einer Platte die Fische, bereite sie vor, dann wird das Papier ausgepackt und schnell übertragen, also aus Steinen und dann wird es belichtet, zehn Minuten ungefähr, in der Zeit verändere ich den Fisch noch, bewege die Steine und dann packe ich es ein und in der Ferienwohnung wird es dann ausgewaschen und da kommt das Ergebnis zustande und so sind unterschiedliche Motive entstanden und ich bin sehr viel gelaufen, also ich war mit meiner Mutter in den Urlauben und sie hat das ja alles dann miterlebt und eigentlich hat sie viel gelegen und ich war immer nur kurz da und habe geguckt, ob alles in Ordnung ist, habe belichtet und bin dann wieder los und das würde ich, also ich fand es gerade auch toll, wie du dann erzählt hast, auch mal rauszugehen und also Claudia und dann nichts künstlerisch zu suchen oder da rauszuziehen. Ich nehme es mir jedes Mal vor, aber meine Tasche, also ich nehme die Steine natürlich nicht mit obwohl einige habe ich mitgenommen, aber meine Tasche kommt eigentlich immer voll. Ich versuche so zu packen, dass ich ganz viel da lasse, also was ich so mitnehme oder sehr wenig Gepäck, aber danach das Gepäck sehr groß wird und ich bin ein Sammler und dazu gehört für mich das Spazierengehen dazu, also ständig nach unten zu gucken und um mich herum und meistens lade ich irgendetwas unterwegs auf. Bei dir gibt es auch noch ein weiteres Projekt für den Atelier-Spaziergang, auch sehr naturnah, ganz anderes Setting, nämlich im tiefsten Winter. Es ist eine Schlittenfahrt, ein Video und es ist auch in einer großen Ruhe, finde ich, dass es ausstrahlt und ich habe mich dabei erwischt, dass die Assoziation, die du, du hast es auch so an deine Kindheitserinnerungen gewidmet, ich glaube, fast jeder von uns konnte sich da wiederfinden. Also ich habe zwar schon tausend Jahre keine echte Schlittenkufe mehr auf echtem Schnee gesehen, in der Form geschweige denn, dass ich auf dem Schlitten gesessen hätte und mich jemand zieht, aber das ist ja auch so ein Moment, der sehr dicht dran ist am Spazierengehen. Was war denn da die Intention, in diesem Video sich auszudrücken? Worum ging es? Es war so ein ähnlicher Winter, wie wir ihn jetzt hatten. Also ich glaube, die Arbeit ist älter, 2012 und wir waren in Bosnien mit meiner sehr guten Freundin, die filmisch arbeitet und da sind wir halt wirklich raus, weil ich davon geschwärmt habe, von diesen wunderbaren Abenden, wo wir, also so habe ich es als Kind erlebt, also die Winterabende sind lang und die Menschen essen, meistens Abendessen und dann macht man sich Gedanken, wo gehe ich jetzt hin abends? Und man kündigt sich bei irgendjemandem spontan an, wir kommen jetzt und da bleibt man abends bis 11 Uhr zu Besuch und meistens haben meine Eltern uns dann auf den Schlitten, wenn der Schnee da war, weil der dann massig fällt, dass sie gar nicht räumen können und dann ist alles unberührt und eingehüllt in diese tolle Decke und der Klang kam ja auch ein bisschen in dem Video durch, also einmal die Schuhe, die da drauf treten und alles ist noch unberührt und die Flocken fliegen ein ins Gesicht und die Schnur spannt sich beim Gehen, also weil mein Vater die Schnur hält einfach und man sieht die Hände und seine Schritte und beobachtet hat die, also im Endeffekt genauso, wie ich es als Kind erlebt habe, den Moment hatte ich da das Gefühl, könnte man nochmal einfangen in so einem Video und das ist uns, glaube ich, gelungen und darüber habe ich mich gefreut. Wer musste denn ziehen und wer saß auf dem Schlitten? Ich habe gezogen, sie hat gefilmt. Sie hat es genossen. Das kann ich gut verstehen. So, jetzt sind wir sehr nah dran bei allem, was ihr beschrieben habt. Es geht viel um ruhige Momente, Naturerlebnisse. Ihr seid alle viel draußen und greift da sehr viel ab. Wie wichtig oder wie groß ist denn die Wechselwirkung so beim urbanen Spazierengehen? Claudia, habe ich schon beschrieben, ist schon zum Leben aufs Land gezogen. Wir alle, der Rest ist immer noch stetisch verhaftet. Ist der urbane Spaziergang so, dass man sich in dieser vollen, lauten Welt bewegt, auch wichtig und sinnvoll, um ab und zu mal eine Form von Spaziergang zu erleben? Macht ihr das? Ja, unbedingt. Ist ganz anders, aber kann man genauso viel erleben oder sich entspannen oder der Fokus ist ein anderer. Also ich genieße das auch, jetzt in Zeiten wie diesen dann wirklich mal einen Spaziergang um einen Block zu machen und das lüftet mir auch den Kopf durch, weil ich einfach nicht an meinem Schreibtisch sitze oder an meinem Atelierplatz hocke oder es immer auch ein anderer Input kommt und vor allem diese körperliche Bewegung ja nochmal mit dazu kommt. Ich denke, dass diese körperliche Bewegung, also dieser Rhythmus des Gehens und das Atmen und den Körper im Raum zu bewegen, dass das einfach ein ganz großer Faktor dafür ist, für diesen Entspannungseffekt. Greift ihr auch Ideen so aus der Stadt auf? Ist das auch manchmal ein Thema in euren Arbeiten? Ja, also mir geht es selbst ja um alle möglichen Aspekte von Kulturlandschaften. Was umfasst das für dich alles, eine Kulturlandschaft? Kulturlandschaft ist jede Form von Landschaft, die vom Menschen beeinflusst ist und es gibt eigentlich praktisch keine Naturlandschaft mehr, weil überall menschliche Einflüsse, Nährstoffeinträge, Schadstoffe, also alle Landschaft, die wir erleben, ist eigentlich vom Menschen beeinflusst. Und das gilt genauso für eine Almwiese wie für den Stadtpark. Das sind alles unterschiedliche Ausprägungsformen davon. und von daher würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass ich da so eine starke Trennung mache für mich persönlich. Markus, du müsstest ja eigentlich im Städtischen auch total viel Inspiration finden, wenn man Verpackungsmüll verarbeitet oder ähnliche Sachen. Das findet man ja im Prinzip dann direkt auf der Straße um die Ecke. Ja, also ich finde spannend im urbanen Raum, gerade wenn man oft dieselben Strecken geht. Ja, man denkt ja dann, ach, alles schon tausendmal gesehen. Gerade da finde ich es total spannend, immer wieder Neues oder neue Aspekte zu entdecken. Viele Menschen, die so im urbanen Raum unterwegs sind, die gucken eigentlich nur bis auf eine Höhe von drei Metern. Und alles, was da drüber ist, sehen sie nicht. Und ich gucke auch gerne mal, was da oben eigentlich los ist. Uns verändert sich ja permanent was. Und naja, also es gibt ja auch noch so Unterkategorien von Spazieren, Gehen oder Wandern. Ja, es gibt noch das Flanieren. Finde ich auch noch eine wichtige Komponente. Schöner Aspekt. Führen wir gleich aus. Flanieren ist eher so ein zielloses Rumlaufen und Eindrücke sammeln oder aufnehmen. Ganz locker oder ohne irgendwie einfach ein Rumlaufen, ja. Ich glaube, der Flaneur wird sehr gern mit dieser charmanten Unproduktivität in Verbindung gebracht. Genau. Naja, und ein bisschen sehen und gesehen werden, oder? Also im Urlaub an den Promenaden, das hat ja auch so einen Aspekt, oder? Kleiner Rampensau-Effekt. Ja, natürlich, klar. Entweder, ja, ich sehe dann, oder man gibt sich vielleicht Mühe, doch noch mal einen Tick besser auszusehen oder sich wie auch immer in Szene zu setzen. Oder im besten Fall ist man einfach völlig selbst vergessen und schlendert da so lang. Also im urbanen Raum fällt mir gerade noch ein zu dem Thema, auch wenn man schon, ich sage mal, hundertmal irgendwo lang gegangen ist. Es gibt immer diese sogenannten toten Winkel, ja, oder so Ecken, die unbeachtet sind, oder die, wo einfach nichts passiert, ja, wo sich Müll ansammelt, oder oder wo Müll abgeladen wird. Und das finde ich interessante Ecken zum Beispiel. Claudia, ist das für dich, wo du so im zentralen Linden-Süd sitzt, wo ja auch sehr viel schönes, städtisches Leben passiert, gibt es auch für dich da so einen Moment, wo du denkst, heute greife ich mal auf einen urbanen Spaziergang zurück? Ganz wenig, immer noch. Also ich habe ja gesagt, ich muss üben, oder ich bin am üben, aber ich habe schon darüber nachgedacht, dass es für mich natürlich auch diese Aspekte gibt, dass ich zum Beispiel, ich habe kein Auto, aber eigentlich mache ich immer alles mit dem Fahrrad. Und zwar genau aus dieser Mentalität, ich habe was zu besorgen, also fahre ich da hin und dann fahre ich wieder zurück. Und was ich übe, ist eben auch mal jetzt zu sagen, nee, ich fahre nicht mit dem Fahrrad, sondern ich gehe. Und das ist für mich der Aspekt auch des Entschleunigens natürlich. Also einfach, es dauert länger, das muss ich mir dann gönnen, das muss ich mir erlauben. Und es gibt mir tatsächlich die Möglichkeit, hinzugucken und nicht nur das Ziel im Visier zu haben, sondern den Weg tatsächlich irgendwie nochmal anders zu beachten. Und das ist, ja, das kann dann auch der von Altenpark sein, in Linden, oder das kann, keine Ahnung, der Weg sein zum Lindner Markt, weil ich, weiß ich, noch was von der Apotheke brauche oder so. Aber wie gesagt, das ist noch ein kleines Pflänzchen, aber es kommt. Und ich, vielleicht nochmal mit rangefügt, ich bin aufs Land gezogen und bin mir gar nicht sicher, ob das für immer so bleibt. Also ich halte eben auch für möglich, auch dann irgendwann wieder zurückzukommen. Also einfach für mich ist eben jetzt dieses Leben so da wichtig. Aber ich komme aus Berlin, also ich kenne auch anderes Leben. Und also insofern ist mir das schon auch wichtig, in der Stadt eben diese Aspekte genauso auch zu leben. Edin, auch Heinholz, dein Atelier ist ja auch ein Stadtteil, der natürlich noch sehr stetisch geprägt ist, aber auch mit vielen künstlerischen Initiativen. Wie sieht es da bei dir aus? Gerade haben wir noch so von viel Schnee und viel Strand gesprochen. Hast du auch Entdeckungen, die du eher so im städtischen Bereich machst oder wo du gezielt hinsteuerst? Ich bin wie Claudia, fast nur mit dem Fahrrad unterwegs. Also eigentlich nur mit dem Fahrrad unterwegs. Und ich wähle immer andere Wege. Also einfach, ich kenne die Strecken, fast alle, aber Heinholz entdecke ich einige Ecken noch. Jetzt habe ich noch einen Garten, da muss ich nochmal in der Nähe vom Atelier. Das heißt, ein neues Revier hat sich jetzt ergeben. Und ich wohne in Leinhausen, da geht man nicht auf der Straße spazieren. Da ist es, also immer wenn ich zum Beispiel auf der Limmerstraße mal bin und dann zurückkomme, also wirklich nicht auf der Limmerstraße spazieren, dann denke ich mir, ach, ist ganz nett hier in Leinhausen. Also ich brauche meine Ruhe. Als wir angefangen haben, darüber zu reden, in der Stadt spazieren zu gehen, habe ich einfach gemerkt, ja, in die Innenstadt gehe ich zum Einkaufen und dann wundere ich mich über die Menschenmassen und ich fühle mich da auch nicht so wohl. Was ich festgestellt habe, ich habe mich in anderen großen Städten, also ich war dreimal in Nepal und ich bin dann in Kathmandu, glaube ich mal, zehn Tage geblieben, wo man sich denken würde, die Berge sind da und du bleibst zehn Tage in Kathmandu und da bin ich wirklich gezielt spazieren gegangen, weil ich es einfach angenehm fand, weil sehr viele Menschen spazieren gehen, also zu Fuß gehen, viele Motorräder, man wird kaum angerempelt, trotz so vieler Menschenmassen und alles ist in so einem schönen Fluss und dann habe ich mich da einfach treiben lassen und wusste einfach, okay, grobe Himmelsrichtung und jetzt laufe ich einfach zwei Stunden, die Stadt ist riesig, bis ich irgendwann merke, okay, jetzt verliere ich ein bisschen die Orientierung ab, wieder zurück und das habe ich dann jeden Tag gemacht, also ich bin dann jeden Tag, manchmal morgens, manchmal bevor es dunkel wird, in Kathmandu einfach spazieren gegangen, um die Stadt zu erleben, wenn sie erwacht und um sie zu erleben, wenn sie halt einfach, weil wenig Strom es gab in verschiedenen Stadtteilen, dann taucht alles in so eine Dunkelheit ein und gibt es nur die Lichter halt von den Mopeds und Autos und das war, da habe ich wirklich Spaziergänge gemacht. In Hannover mache ich sie nicht. Ja, muss jetzt gestehen, Hannover klingt jetzt im Gegensatz zu Kathmandu ein bisschen langweilig. Also da gehe ich zum Beispiel auf den Friedhof spazieren, also weil ich in der Nähe vom Stöckenfriedhof wohne, aber auch einmal im Jahr. Ja gut, man muss ja auch nicht immer alles sofort zu einer Routine werden lassen. In Zeiten wie diesen, wir können das nicht ganz ausklammern, nicht zuletzt sitzen wir hier, weil der Atelierspaziergang nicht so stattfinden kann, wie wir uns das alle gewünscht haben. Viele eurer Kolleginnen und Kollegen haben Existenzprobleme, es gibt wirklich schwierige Situationen, da gibt es eine ganze Bandbreite, trotz unterschiedlicher Hilfen und Förderprogramme. Kann das Spazieren gehen, in dem Sinne, wie wir es jetzt so aufgegriffen haben, wie ihr es bisher so kanntet, kann das im Moment noch so eine charmante, sinnliche, auch erholsame Erfahrung bleiben oder hat sich das auch in den vergangenen Monaten verändert, dass irgendeine Form von Druck doch bleibt oder könnt ihr euch davon ganz gut trennen? Also, das Schöne am Spazierengehen, das ist geblieben. Also, es ist halt auffällig, dass jetzt viel, viel mehr Leute spazieren gehen, die das vielleicht vor dem Jahr noch nicht so gemacht haben. Unfassbar. Menschen, die, glaube ich, sonst nie draußen waren. Aber ich bin immer gern zu Fuß gegangen, also das mache ich seit Jahren schon, also ich fahre gar nicht so gerne Fahrrad, ich gehe lieber zu Fuß, tatsächlich. Und das ist sowas, das fand ich immer schon schön. Und ich finde es eher komisch, dass das jetzt auch so viele andere machen. Ja, die nerven geradezu, dass sie nach Leidenhausen kommen. Das ist auf jeden Fall geblieben. Wie ist es beim Rest der Runde? Also, es ist ja vorher der Begriff Entschleunigung gefallen, glaube ich, von dir. Ich glaube, das haben wahrscheinlich, also das ist jetzt eine reine Mutmaßung von mir, aber ich glaube, in dieser Krise, dieser Pandemie, haben das, glaube ich, ganz viele für sich neu entdeckt, gezwungenermaßen. Also so spazieren zu gehen und zu merken, okay, das tut mir gut, mal nicht mit dem Fahrrad durch die Stadt zu hetzen oder mit dem Auto durch die Stadt zu hetzen, sondern ganz langsam die Stadt wahrnehmen oder die Natur wahrnehmen. Ich glaube, das ist ein positiver Aspekt in der ganzen negativen Entwicklung. Ja, also ich würde auch sagen, es ist eher, also für mich ist es eher leichter geworden, das zu tun. Also, weil einfach auch ein bisschen doch Verpflichtungen, Verabredungen und sonstige Programme abends und ich gebe ja auch einige Kurse im Moment eben wegfallen, dann dadurch fällt es mir leichter. Also, der Gewinn ist mindestens so wie vorher und es ist nur noch zusätzlich für mich etwas einfacher geworden, das zu machen. Also, ich will das Fahrradfahren trotzdem in Schutz nehmen. Ich habe ein tolles Hollandrad und also, ich habe mehrere Räder. Ich habe so ein Flitzi-Blitzi, mit dem ich ganz schnell durch die Gegend fahre, so ein Peugeot-Damenrad und dann habe ich meinen Hollandrad und da sitze ich sehr gemütlich drauf und dann habe ich eine tolle Aussicht, ganz anders als beim Spazieren gehen. Ich bin ja auch nicht so groß und weiß ich nicht, ich wohne ja in der Nähe von den Herrneuser Gärten und ich fand es unheimlich, ich fand es unheimlich, als dann jeder Tag dort aussah, als wäre es Sonntag nur die Busse haben gefehlt, die die Leute ankarren, also weil es jeden Tag voll war, also als da habe ich kein Interesse, dann mich da aufzuhalten oder in der Gegend spazieren zu gehen. Also alleine auch dahinter bei Wasserkunst, wunderbar, da gehe ich auch spazieren, also dann schiebe ich auch mal mein Fahrrad, weil es schön ist und halte auch an. Aber nö, also es entschleunigt mich auch das Fahrradfahren und ich kriege meinen Kopf dabei genauso frei, wie manche beim Spazieren gehen. Also das Spazieren gehen ist ja gar nicht so unbedarft. Das Schöne ist ja, es kann einfach jeder machen. Nichtsdestotrotz taucht es ja in der Wissenschaft in diversen Bereichen auf. Nicht zuletzt haben die französischen Dadaisten 1921 in Paris beschlossen, dass sie jetzt dieses ganze Thema, dieses vorherrschende Thema der hektischen Stadt und der Bewegung jetzt mal ummünzen und sind auf ein geradezu brachartig aussehendes Gelände an einer Kirche im Quartier Latins gegangen und haben beschlossen, diese Form von ästhetischer Spaziergang ist jetzt das Werk. Wir modellieren auch hier nichts weiter, sondern maximale Dokumentation. Es gibt ein Foto davon. Das war so auch so ein neuer Aufbruch und diese Art so auch die Räume und die Kunstsäle zu verlassen und einfach draußen die Kunst in Bewegung zu bringen. Rudi Dutschke und die diversen Studentenbünde haben 1966, war es glaube ich auch in Berlin, versucht, der Polizeigewalt bei ihren Großdemos zu entgehen, indem sie quasi den politischen Spaziergang umgesetzt haben. Kleine Gruppen trafen sich an unterschiedlichsten Stellen und gingen spazieren und wenn dann eine Auflösung durch die Polizei kam, hat man sich schnell aufgelöst und sich an einem anderen Ort in kleiner Gruppe formiert. Also man hat diese große Gruppe der Demonstranten oder das, wo die Polizei einfach schnell Zugriff hatte, ja unterlaufen und dann gab es, was ich auch sehr, sehr spannend finde und Markus kann da vielleicht noch was sagen, denn du hattest auch mal in Kassel zu tun und warst da glaube ich auch mal am Arbeiten und Schaffen. Der Soziologe Lucius Burkhardt hat zusammen mit seiner Frau in den 80ern die Promenadologie dort etabliert, tatsächlich die Lehre vom Spazierengehen und ein sehr beeindruckendes Beispiel, wie es funktionieren kann, hat er dann in der Dönche umgesetzt, in der Nähe von Kassel, ein alter Truppenübungsplatz, in dem man dann Texte eines Mitreisenden von James Cook gelesen hat, also in der Literatur tauchte das Südsee-Idyll auf und man war auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz, hat das Ganze mit diversen Requisiten ja aufgearbeitet plus türkische Backwaren, die glaube ich damals angeliefert wurden, weil näher dran ist man glaube ich nicht gekommen an die Exotik und dann hat man mit den Studierenden dort gelesen und hat die Wahrnehmung auf diese Landschaft mal so abgeglichen und ich bin mir nicht sicher, ich glaube in Kassel soll es noch Lehrveranstaltungen zu diesem Thema geben. Markus Nick, warst du damals hast du das damals irgendwie noch miterlebt? Nur am Rande, ehrlich gesagt, also ich habe da nie teilgenommen leider, das waren hauptsächlich Studenten aus der Landschaftsplanung, die dort teilgenommen haben, aber es gibt tatsächlich sogenannte Spaziergangswissenschaften, es hat tatsächlich jemand die Nachfolge angetreten, in Kassel, also der Lucius Burkhardt hat quasi das Spazierengehen untersucht, also die vielen Facetten des Spazierengehens, des Flanierens, des Wanderns und so weiter, aber er hat es hauptsächlich glaube ich auch unter dem Aspekt eben der Landschaftsplanung untersucht, weil ja die Landschaftsplanung, die greift ja auch in die Kulturlandschaft ein, ja, und baut quasi, versucht uns eine angenehme Umgebung zu bauen und da kommt ja nicht nur Gutes bei raus, ja, also Ist es für Menschen wie euch irgendwie von Interesse sowas in dem Rahmen so konzeptioniert anzugehen oder seid ihr der Meinung, so ein Spaziergang sollte was individuell ganzheitlich Sinnliches bleiben? Ich glaube, das lässt sich gar nicht trennen, also wir sind ja ein Wesen, das körperlich ist, das geistig ist, das sinnlich ist, wir bewegen uns auf so vielen Ebenen und es ist vielleicht nur die Frage des Fokus, was vielleicht für den einen oder den anderen in dem Moment im Vordergrund steht. Also ich möchte das gar nicht ausschließen, also ich möchte mich, wenn ich gehe, möchte ich ein möglichst vollständiges Wesen sein in den Erfahrungen, die ich da mache und vielleicht ist in dem einen Moment auch so eine intellektuelle Erfahrung oder vielleicht ist es dann sowas eher Untersuchendes, wo ich meine Umgebung sehr kritisch beleuchte und mich in dieser Umgebung und manchmal einfach der Spaßaspekt im Vordergrund steht. Ich finde gar nicht, dass man das so auftrennen muss. Wie sieht es beim Rest der Runde aus? Hat euch das jemals beschäftigt? Also ich habe gerade so nochmal drüber nachgedacht, dass es oft so in Wanderzeitschriften oder so gibt es so viel on top zu dem Wandern. Also es gibt so viel, das ist natürlich irgendwie auch ein Stück unserer Zeit und unserer Entwicklung geschuldet, aber ich denke manchmal, wenn alles so befrachtet ist, wenn alles noch einen zusätzlichen Sinn machen muss, damit es überhaupt getan, gesehen wird. Das ist ja auch ein Stück weit sogar, finde ich, so in der Kunst Geschichte. Also was muss ich tun, damit ich gesehen werde? was muss ich mir einfallen lassen, damit es progressiv ist oder für den Kunstmarkt aktuell ist? Und ja, diese, ich finde, diese einfachen Dinge des Gehens, da jetzt auch noch so, ich finde das völlig okay für die, die das, das ist bestimmt spannend, aber für mich, ich suche nach den Dingen, die ich nicht auch noch wieder befrachte und die ich nicht auch noch wieder mit irgendetwas on top akzeptabel mache oder sinnvoller mache. Edin, geht es dir ähnlich oder hast du da auch schon unterschiedliche Erfahrungen mit dir selber gemacht? Ich glaube, für mich, der Spaziergang, also ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, weil ich wirklich mich heute schon gescherzt habe, ich bin mit dem Fahrrad geboren, deshalb habe ich die ganze, also an meinen wenigen Spaziergänge, also die ich genossen habe und wirklich bewusst wahrgenommen habe, waren entweder halt mit jemandem zusammen und dann wirklich gezielt, wir treffen uns zum Spazierengehen und auch zum Gespräch führen und gleichzeitig anhalten beobachten, wo sind wir gerade und dann wirklich keine Wanderung und wenn, dann ist es eher wirklich die Wanderung, wo ich meine Füße wirklich gespürt habe und wirklich gezielt also dann gesagt habe, also die Wanderung waren dann so zehn Tage und also mit viel Luft dazwischen auch anzuhalten und irgendwo länger zu bleiben und zu verweilen, natürlich manchmal auch anstrengend mit dem Gepäck und dann beim Spaziergang hat man vielleicht nichts in der Hand sondern läuft halt komplett frei also es gibt also ich habe eine Künstlerkollegin die auch an der Uni unterrichtet wo ich arbeite also die arbeitet sehr viel mit dem Spazierengehen auch in ihren Lehrveranstaltungen also wo Studierende in ihren Kursen dann einmal mit Handlungsanweisungen den Spaziergang antreten und an bestimmten Stationen also gehe dann bekommt jeder eine Handlungsanweisung die ist von jemandem aus der Gruppe zusammengesetzt also gehe aus deinem Haus raus und gehe nach rechts bis zur nächsten Kreuzung und warte bis ein rotes Auto vorbeifährt und schaue dann nach oben was siehst du oben notiere es dir und dann geht es halt immer weiter also die Handlungsanweisung ist ja lang vielleicht so zehn 15 Punkte und dabei entstehen sowohl Notizen als auch Fotografien oder auch Zeichnungen wo jemand halt seinen Weg halt auch versucht festzuhalten ohne eine Mappe wo bin ich jetzt langgegangen also gedanklich wie war denn meine Luftlinie und da ist sehr spannend was künstlerisch dabei entstehen kann also beim beim Gehen und gleichzeitig das Gehen ein wenig lenken und und die Stationen halt auch genau festlegen meint sie es nicht naja vielleicht also wenn ich das jetzt so höre geht es dabei wahrscheinlich eben genau zwar auf eine andere Art und Weise um den anderen Blick ich nenne es mal den anderen Blick ja und das ist ja das das Spannende am Spazierengehen oder beim Wandern dass man eben alles wenn man jetzt eine Strecke wenn jemand eine Strecke jeden Tag geht und das sehe ich oft Leute ja die gehen jeden Tag dieselbe Strecke wo man sich dann fragt hm wieso gehen die eigentlich immer denselben Weg aber ich glaube das ist spannend am Spazierengehen dass man trotzdem auch wenn man das vielleicht täglich macht jedes Mal dass es doch jedes Mal ein anderes Erlebnis sein kann und ich nehme nochmal kurz Bezug auf den Lucius Burkhardt also das nennt sich zwar Spaziergangswissenschaften aber es ging ihm überhaupt nicht darum das so wissenschaftlich auseinander zu nehmen ja sondern es ging ihm tatsächlich um den anderen Blick den man dabei gewinnen kann beim Spazieren was immer auch das sein möge der andere Blick man erlebt es ja auch wunderbar was die Landschaftsplaner dann so anliegen für uns wo wir halt haben lang zu laufen weil es schön sein soll und der Weg der sozusagen uns empfohlen wird und man findet halt immer wieder wunderbare Kreuzungen Wege die man über die Wiese also alleine schon im Georgengarten also wirklich wo Fahrradweg und alles in der Allee da gibt es immer wieder da wird abgekürzt und auch auf sowas einen Blick zu werfen einfach will ich immer den betonierten den gepflasterten Weg gehen oder gucke ich mal was gibt es denn da so an der Seite die Trampelfade und warum sind sie entstanden also sie sind halt einfach logisch entstanden der kürzeste Weg warum soll ich um die Ecke gehen oder einmal die Runde machen wenn es so viel schneller geht gibt ja viele Beispiele von Parkanlagen die schon ein paar hundert Jahre alt sind da wurde tatsächlich versucht den Blick der Menschen zu lenken also in den englischen Landschaftspark da wurden tatsächlich Sichtachsen angelegt ganz bewusst um Perspektiven zu schaffen und den Blick zu lenken und vielleicht also zum Beispiel im Kasseler Bergpark Wilhelmshöhe ist ein schönes Beispiel dafür ja da gibt es auch Elemente wo versucht wurde glaube ich auch Ehrfurcht zu erzeugen vor der Natur mit Wasserfällen zum Beispiel oder Schluchten gebauten Schluchten also und ja heutzutage die Landschaftsplanung ja die agiert vielleicht schon auch mit ähnlichen Gesichtspunkten aber naja die Zwecke von Landschaftsplanung haben sich ja auch ein bisschen geändert also wenn wir jetzt von diesem Park sprechen das sind ja auch sehr repräsentative Orte die von Menschen im Auftrag gebaut worden sind die sehr viel Geld hatten also gerade der englische Landschaftspark das sind alles keine Orte die jetzt mal so pauschal für den Pöbel gedacht waren und auch barocke Parks auch wir Herrenhausen die sind zur Repräsentation gedacht und da die sind nicht dafür gedacht dass man mal eben mal einen Weg abkürzt sondern man ist schick angezogen und stolziert auf der Mitte der Prachtstraße die sind zum Flanieren gegangen deshalb ist Edin da auch nicht drin und Parks die wir jetzt neu anlegen die werden ja auch nach anderen Zwecken gebaut aber trotzdem letztendlich es gibt ja schon immer das sehen wir das ist ja auch wieder so spannend mit den Kulturlandschaften dass wir als Menschen uns in der Umgebung bewegen und dazu in Bezug nehmen und wir als Menschen die von mir aus durch den englischen Landschaftspark gehen nehmen diese Umgebung auf eine spezielle Art und Weise auf sehen die vielleicht mittlerweile ein bisschen anders als die Leute das im 19. Jahrhundert gesehen haben wir erleben können so einen barocken Park wie Herrenhausen erleben und bewegen uns dadurch und sind vielleicht beeindruckt von der Weite oder von den Dimensionen und bewegen uns vielleicht auch durch aktuell geplante Parks und machen da eine ganz andere körperliche Erfahrung aber die ist ja immer durch das gestrickt was wir kennen oder erleben oder auch erwarten und diese Schnittstellen finde ich spannend wie reagieren wir als Menschen auf diese Landschaft auf diese künstlich geschaffene Landschaft die uns umgibt Also ich denke diese Runde hier heute hat gezeigt dass ein Atelierspaziergang genauso vielfältig ist wie ihr heute eure Arbeiten eure Eindrücke und eure Ideen beschrieben habt natürlich ist der Atelierspaziergang momentan auch zumindest ein bisschen virtuell aufzugreifen also alle die uns jetzt fleißig zugehört haben und mehr Eindrücke von euch und euren Arbeiten kriegen können können das zumindest mit charmanten kleinen Videoclips schon mal machen Ich danke sehr dass ihr euch heute hier so schön zusammengefunden habt und diesen Atelierspaziergang so lebendig wie es jetzt halt so geht dargestellt hat Silke Roketa Markus Hutter Claudia Schmidt und Edin Bayric waren hier heute zu Gast beim Tresor dem Podcast des Team Kulturs der Region Hannover Danke sehr bis zum nächsten Mal